Mein echter Videochat mit Headset. Hast du schon ihn da? Hör da mich? Geseh da mich? Nee? Kein du? Klappt den Ton? Und hast du schon online? Hast du mal einen kleinen Test? Ob das Euro funktioniert? Ja, das ist schön. Mein lebe, jung. Salut Fred Le Monegasque. Wie geht das? Fred, kannst du mal suchen? Sarah. Hoffentlich. Morgen. Merci, dass du nicht vergisst. Hast du schon ein Headset? Sarah sieht den Ton aus exzellent. Fred Le Monegasque auch den Ton aus exzellent. Und was schreiben sie? Stream is healthy. Boah. Also das ist die erste Karte, wo ich dann mal ein Headset schaffe. Ich habe probiert und trainiert und ich war ein bisschen enttäuscht beim Ton. Und es klingt ein bisschen wie, wenn ich in einem Flieschen einen Pilot noch leuchtet. Wir erzählen das halt durch. Wir schauen die Resultate an. Ich weiß nicht, ob das Mikro gut ist. Richtig positioniert. Ich kann auch hier ein Programm am Livestream. Kann ich Filtern ausstellen, dass das ein Ton ähnlich klingt. Schon mal einfach neutral los. Und da gucken wir mal. Wie wichtig ist es, dass YouTube endlich aufhält, mir permanent Warnungen zu schicken. Mein Stream wird nicht gut und die Audioqualität beträgt für schlecht. Wunderbar. Du hättest vielleicht gesehen am Deskriptiv. Auch da sollst du den Videochat auch da feiert sich. Ich meine nicht mal. Und heute geht es um das Pluriel. Und das Oktave ein bisschen. Und das Horoskop. Und dann haben wir schon noch eine kleine Nouvelle vom Zentrum für den letzten Spruch. Die haben wir ein Glossier ausgeschafft für das Corona-Vokabular. Wir können schon mal Zeit, wir können uns das ein bisschen angucken. Und schon noch ein bisschen Exerciß. Und schon noch eine Einvitee-Surprise. Ich bin ganz gespannt. Ich hoffe, es klappt. So. Also. Dann. Proposier ich an uns zu fangen. So ist es langweilig. Da könntet ihr sowieso auch noch am Archiv gucken. Für die wollen wir bis sie mich später anschalten. Also Display. Ja, da. Da gehen wir raus. Aber. Ich meine. Kann man ein bisschen abbleiben. Ja. Kann man es noch tun. Also. Jérôme Luling. Mal. 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 Da fängt man direkt um am Pluriel. Das war ein Thema, das ich schon ein paar Mal gefragt habe, und das ist auch am letzten Beispiel ziemlich komplex. Schon über 300 Exerzise all die Jahre ausgeschafft. Ich weiß nicht, ich habe nur ein bisschen Theorie am Anfang, und dann nur ein paar Beispiele. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen zu klein für euch. Ich versuche schon mal, rund zu zoomen. Also, ich meine, ich habe die Kamera mal waschen, die stehen da. Also, da das... Ah, nein, ich würde so gemein, ja. Exerzise nummer drüßig, der Pluriel. Wenn da über Pluriel am Lützebäuerischen schwitzt, dann muss da Prioritäten setzen. Und ich mache eine ganz wichtige Erständung ein, weil das ist die Endung, die am allermächsten benutzt wird. So, that's an important one. C'est celle, die du dir die Le Plus benutzt, parmi les Terminaisons. Und zwar, hauptsächlich bei weiblichen Wörtern, oder nimmer bei weiblichen Wörtern, ein Frau, drei Frauen, und auch bei männlichen Wörtern. In Autos, drei Autos. Okay, das ist ja einfach. Am sechlichen, also drüßig, ein D-Jahr, drei D-Jahren. Also, es gibt ganz wenig Wörtern am sechlichen, die die Pluriel mit Ö-N machen. Mooi, Naschid. Dann, für die sechlichen Wörtern, du gehst hauptsächlich den Ö-R geholt. Ich meine mal, sechlich, was für ein Fünf, so, ich dämehälen, gering, so. Ö-R, Ö-Lied, drei Lieder. Eine Chanson, drei Chansons. Und auch bei männlichen Wörtern, ein D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Weiblich wird er, kreien nie ein R. Natürlich, froh, da mechloh, ja, wenn ich weiß, ob ein männlich, weiblich oder sechlich wäre das. Du rief hast, ich habe schon einen Workshop gemacht. Und ich habe auch noch einen Knie-Trenner. Du gehst auch kein Kloh, ein Rägel, Hauptsächtlösch, muss ich noch einen Schluss für ein Wort gucken. Du musst den suffixen des Worten, das kann helfen, um den Genre zu entscheiden. so the end of the word can help you to find out if it's male, female or neutral but there is no clear rule also D2 sind ganz wichtig dafür finde ich auch für dich mal ein N und dann mal ein R ich weiß noch nicht wie das mit einem N als bei ganz großer Söcher hätte man am meisten benutzt können Moin Pascal Moin Achmed dann wird er auch noch bei Monosyllabiken dass sie so klein werden die nur aus einer Silbe stehen da hat er ein Changement Vokalik der Texte erinnert den Stamm ein Kau, drei K und nicht drei Kauen oder drei Kauach, drei K ein Baum, drei Beben und am Sächlichen auch ein Haus, drei Häuser das gilt für weiblich, männlich und Sächliche und da hat er ein Changement Vokalik plus nach ein R das ist das auch möglich dann ein Feiermessigkeit das ist einer Neust das ist rar aber der wird er gehen auch am weiblichen ein Kauchen, drei Kauchen am männlichen drei Fisch E-Fisch, drei Fisch am Sächlichen E-Pert, drei Pert und dann hat er neust und dann hat er eine Fünf Kategorie gemacht die haben sich Divers Michelinies genannt das zum Beispiel ein Maus ein Mäuschen ein Petit Zuri ein Small Maus ein Little Maus das gilt dann drei Mäusach ein Kischelchen drei Kischeltschach drei Cookies ein Petit Gâteau ein Mädchen drei Mähdach dann hat er auch nach Assimilationen das ist die verschwunden Buchstaben ein Hund drei Hün ein Kant drei Kahn aber bei der Französche wird er da gibt es ein N ein Bichou drei Bichou ein Tamba drei Tamba das ist er ganz ganz grav resümiert er da gibt er für alle Kategorie nach riesengroßen Demonstrationen nach PowerPoint-Präsentationen und Erklärungen aber das ist er mal so wie ich sage gehen resümieren so wie ich sage mal an der Kurve resümieren also hauptsächlich ein N und ein R und das eine das sind die Teile die sind auch wichtig aber die betreffen lohnen so tausende von wir die meist substantiven Funktionärer mit ein N oder ein R voilà meine Vati und meine Amadou Hört ihr euch froh dass das so weit klappt dann habe ich euch ein Exerzis für auszufüllen ich muss mal ein bisschen mit Klang ich sehe da besser ja und zwar heute habe ich euch gesehen drei und das ist der Saint-Gülié Bam und da könnt ihr mir wenn ich geliebt an den Chat die Lesung schreiben also mit Nummer dabei und und dann BIM euch gesehen drei BIM und das verbessern wir zwei ich essen zwei Pizza ich lesen drei damit ich zu viel zu zu schufe nev stuhl scheren drei und Klängischkeit Haus Katzbuch Co Kunt Flash Paird Stehen Lit Freund Apel Dusch Tier Zand Bild Dach Mond Land Voilà das sind die wir da die ich mal rausgewählt tun äh Moin ähm bei gib ich bei mhm was Giselle noch nicht tun weil Giselle hat mir den den Headset gelingt hat mir den Headset vielen zu Merci Giselle ich hoffe ähm es funktioniert also wenn ein Problem aus meinem Ton schreift mal aus dem Test kannst leben aus dem Test äh alle schreift na warum den Ton wäre nicht gut äh Miser 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 äh ich hätte gehofft ja was willst du machen mache ich mal Kamera maus also kann man die geht so aus boah also was schreift der madame madame sache geschrieben ich erst und so pizza lesen 3 dom hit so viel suchen schreift 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 hier ist zum beispiel das weiblich das kei monosyllabic tendung as hit die un schreift pizza 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 haja sing ausnam bm so ein das ein von n den drüge hänge get still da das hei kategorie 3 change moe kalik musik wissen, ich weiß 5 Chains, 5 Chains, 6, ich höre in 3, ich höre in 3, 1, ich freue und es sind 2 Klängesketen, 8, 1 und 3 Häuser, 9, ich habe schon eh 9 da hinten geschrieben, der Friedle muss nie Gast gehen, das ist schon beim 22, du sagst mehr weit wie ich, exzellent, also was schreibt er dann heute, ich kaufen 2 Karten als weiblich, also das sind Chancen größt, dass es dann Katzen sind, und das 2, nicht 2, weil das weiblich. Buch, was schreibt er mal bei Buch? Ich lesen 3 Bischof, 11, 11, hast du schon eh bei 11? Ne, ich traue ich mal, das ist das Schlimm, wenn der Fehler schreibt. Also, ich gesehen 2 K, also wenn ich ausnehme, ich hoffe, also ich werde schon kann, doch, weil tatsächlich, mit dem NDD verschmilzt, das wird assimiliert, und das kann er. Hier ist der Pluriel für Flasch, das weiblich, man hat die gesucht, die meist weiblich wiederholen, N, ich trinke 2 Flasche Cola oder Bier, fällt, das hat mich nervt, der Teil. 2 Flasche, da fällt eine andere Wäsche, ja, so Flasche, ja. Und dann, die vierte Sägen, Pärt, ja, das bleibt, Friedle Monigas, ich gesehen 3 Pärt, das ist eine Ausnahme. Stehen, das ist eine Ausnahme, Rocher, äh, Stehen, ja, äh, ein Caillou, nicht der Rocher. Ich gesehen 8 Steng. Hier kennt 5 Lieder, an unserem NDD, das ist ziemlich sicher dann eine Assimilation. Hierin hört viel Frinn. Ich esse 3 Appel, als männlich, das ist auch eine Ausnahme, ich esse 3 Appel. Hier kriegt das, boah, ich kann dir nur so ein Dischen, aber das ist aber nicht. Das ist auch Dischach. An dir, das ist weiblich. Ja, wird schon eben an 20 Stöner geschrieben. Ne, war ich nur ein bisschen zu sehen, ja, ich bin ein bisschen zu viel versprungen. Ey, wo ist Giselle? Sarah ist aber da. Also, die schreibt mal, ja, wann den, äh, wann den Ton schlecht ist. Weil heute, äh, YouTube, die war nicht schon ist. Ich muss mich geckern. Kannst nicht machen. Friedle Monigas, ja, taus wird von neuf Dieren, das weiblich, das richtig. Andern, hör mal die Lacht von neuf. Katzen, äh, geh dich bei, krieg kein Tee. Also, hierin hört schein, dass eurem N, Tee oder N, Dee, du sie mischens Assimilationen. Hierin hört schein 10. LD, also auch Assimilation. LD, N, Tee. Hat geeft fünf Billa. Das heißt, das ist ein R. Eine Woche und sieben, also der, das ist ein Monosyllabisch. Das ist einfach ein E-Vokal. Du hast deine Chance groß, dass das dann eine Woche und sieben D, ist gut. und dann 24 ja der Matt gut matt, vielmals merci ein johann 12 meint und dann nochmal nach 25 ist riesen Andrei ja Michelle salut merci dass du gut matt das macht mir Spaß, das macht mir Fried ich meine das ist die beste meisigkeit für heute interactiv zu schaffen, nee das ist nicht Lanna das ist auch ein Vokal aber ND das kann er ihm assimiliert Fusion ND gut NN plus Changement Vokalik ich reise Andrei Lanna, nee Landrat das ist etwas Ähnliches Flasche Beyer, ja gibt ich aber auch nicht N merci merci das war mein Exerciz ich wollte Pluriel das tut er ja auch ganz gut mitgemacht also so Exerciz das können wir dann auch machen der uns da ganz viel wie gesagt N als mächtigste Fall weiblich-männlich er als hauptsächlich beim Sächlichen und der Böse beim Männlichen du Changement Vokalik als bei Monosyllabiken hier ändert Gönnäsch das Rache und dann nur danach die verschiedenen Fälle wie Stehen, Stehen ich kann die Lunde da abzählen ich meine dass das relativ aber übersichtlich steht ok warst du zufrieden mit dem Exerciz? war das ein guter Exerciz dann was finde ich als nächstes ja schon noch ein Exerciz kann man für zu trainieren was ist ein klangisch geht ein klangisch geht ein petit Detail zum Beispiel ich essen ein klangisch geht ich mache ein petit etwas ich mache ich mache ich mache ein bisschen ein bisschen ein bisschen oder so oder you can also say das ist ein klangisch geht das ist just a detail ich rede mich nicht ob ich klangisch geht dann I won't get angry about small details all small things so ja den Exerciz ich weiß nicht ob es lohnt wie die geht merci Sarah exzellente Übung den Exerciz den ich gemacht ob exerciz.alu das ist eine Memory und du musst hier klicken an der Pluriel fangen oder der Sängel hier und ich ein Deutsch zwei Döcher und ich hier klicken dann kann ich eng lucht und dann muss ich die Pluriel fangen ein Buch von fünf bücher so funktioniert den Exerciz können ein bisschen trainieren und dann das nächste das Doktaver soll du gehen super und Doktaver tut da ein Artikel an Wikipedia und es noch eine fantastische Novell Doktaver könnt ihr auch via live video chat auf YouTube gucken live live video chat und mehr Informationen von der Internetseite kathol.lu und er weiß nicht, ich stehe da noch ein bisschen und du noch einen anderen Punkt also gehen wir zurück an den Internet wo war den Internet? das war da also den da manche da mal aus an der Nummer Muttergottes-Oktav ich meine die ganze Nacht das ist heute im Anfang das könnt ihr ja auch präparieren geht ab zuerst in der Geschichte also Muttergottes-Oktav zu Lützeburg auch eine Oktave von 8.8 an der katholischen Liturgie eine Zelebration von 8.8 genannt als an der katholischen Kirche zu Lützeburg eine Periode von 2 Wochen also eigentlich das ist der Nummer auch falsch das ist der Nummer auch falsch an der pendant lesquels pardon during which Maria als Träuchterin am Lied Konsulatrix Afflectorum besonders verehrt geht donc c'est Maria elle est venerée verehren am verehren am französischen die war mit venerée am englischen to worship to adore und am portugiesischen venerar als zu ehren von der Muttergottes das könnt ihr da gucken an den YouTube-Channel ando hudda hay feierlich andacht lundstedt waschgema do da die verschiedene video von der katholischen Kirche an vor den heiten ando gesedda die hudda auch ein live video chat an schon das der pol breich salut pol äußer gefälschen organist fantastisch und du gisidda lomanschheim vielleicht standbilt bleift in nicht sto ein schöner klänger kommentar an video chat geschrieben merci für ihr abend ist das nicht fantastisch es wie geht das schon mal gut kamera es sind den echten den am video chat von enger mutter gottes oktaf ein klänger messager leist sie ganz hoferisch ja es ist andauernd nur leid die auch die wegen von YouTube leider sind noch nicht ganz viel bereit TV zu gehen ich manage lo schon 2006 ich erinnere mich auch an den 80er jahren da denke gestlich in zu mir gesucht weil ich war ein schlechter Schüler ich soll einen Axt holen an mein computer footage schlaue und endlich etwas lehren 30 jahre sind dann Urlaub beim video chat das freut mich ich war vielleicht nicht so ganz falsch leid die waren immer gehn mich am computer auch ob der uni ich kann mich erinnern ob der uni montpellier da sind raus geflogen aus der universitätsbibliothek weil ich laptop hatte da mich zu viel kam edi monsieur s'il vous plaît ça fait trop de bruit auch an national bibliothek heute zu lützbüch ich gebührt den mich an den Axt setz mit dem laptop hau 2020 die neue generation die guckt man hau 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 für die die interesse hat also sind ganz begistert ja und könnt ihr das auch auf katol.lu könnt ihr auch zu wehren an der hause auch ganz n ganz n du hast den link youtube soundcloud twitter instagram facebook flicker und sogar whatsapp zeiten ändern sich eben und fände einfach das schütt mit also schul system war haupt tatsächlich trop passiert dass du soll an auswendig gelehrt wirst aber wenn du mit neuen ideen kommen was mit das auch haut noch so also das ist nicht einfach und am nachhinein da gucken Leute so wo ist das problem mit sind auch terribel viele neue sachen die meisten auch gemacht youtube video lektionen video chat grammaire lektionen online grammaire synthese vokal reconnaissance vokal also sind terribel viele programma die fehlen auch automatischen in titel ob lütz bei youtube klippen aber es ist eine schöne pension also die nächste generation moin stefan moin iva merci dass ihr noch gelehrt hat meine kleine expose sie haja sa vor lo na munch gesehn sit vom lode oder ich get jo gemacht vom zls center für lütze bäuer spruch die hun ein covid 19 glossär heraus bricht begriffe von der corona pandemie ob lütze bäuer länge scheine mickey maus leuven text die könnt ihr lesen und sie schreiben noch vermisst ihr ein Wort schickt ein also der könnt ihr auch ein Wort proposieren ihr könnt auch gerne ein mail schreiben mit ein propos oder ein froh und das im alphabet ab c d alles schön aufgezählt wenn man die leuven da ich wollte das mal weisen aber ich fand das eine ganz gute Idee an hier können wir mal ein bisschen drall loose gehen salut alexandre also zum beispiel ein aerosol pluriel aerosolen ein arris stopf interdiction temporaire d'entrée aber das ist nicht auf englisch überset das könnte wahrscheinlich so you are not allowed to enter the country anymore arris verbot interdiction d'entrée ausbreden et to spread out ador also doch ja das ist schon wieder die war also schon am lod ausbredung propagation extension ausgangssperre mach kokemol ähm 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 wize da schon ähm ador is auch de cgds den nummer ja schon mong gesehn chomach partielle konfinere voilà sind verb agebout an de konfinement me hat ja mufang zera hat mich gefrode ja wie se den nal do für am let se boy chan an es hat jo ge z chan de confinement voilà dass de confinement gehen für war doch nicht mehr integrieren werden als andere spruche das kei problem ok dann ist das auch geme an was könnt dann als nächstes was hat du am program de glossaire ja ah könnt ein experiment und zwar geht es lo um den horoskop und Steffi kennt ja Steffi war ja schon ein paar mal am video chat dabei hat heute ein powerpoint präpariert über den horoskop und ich kenne mich schon mal powerpoint nicht mehr so gut aus ja 2005 2006 habe ich viel mal powerpoint geschafft wo wir microsoft blitze was tun das waren 700.000 wieder und habe ich regelmäßig präsentationen machen aber sind hier nie mehr mit powerpoint geschafft dafür gucken mal ich hoffe nicht klappt alles hat so ein audiodeteil geschickt an Steffi hast du explore mit Steffi muss ja nicht sein also Steffi ich hoffe nicht klappt es hat nicht klappt sie hilft mal nicht bass also sind immer dankbar dass sie mal herliefst aber den technischen Aspekt das kann ich nicht alles voraus gesehen also der mensch den präsentationen ob das dann hi und die besteht aus 8 sliden aber wir machen Sliden nicht also weil ich das lo verstehen nun das Niveau B 1 1 und das Lektion 14 Charakteregeschaften unhand 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 der sterren paraphrasieren das schon mal voll ein Programm ich mache meine Kamera hier mal aus weil die brauche im Moment gehen und dann gehe ich weiter auf den zweiten Slide und so geht das der sterren ist ein flotten Exerzis gemacht auf Quidslet die weiß nicht sehr noch für Vokabeln zu trainieren und eine schöne Grafik und ich mache mal los und geht schon direkt weiter bei den nächsten Slide und das ist die Präsentation von den verschiedenen Sterren Sechen und die muss von links noch jetzt lesen also Wassermann und dann Fisch und dann wieder und so weiter und in drinnen hohe das paar Charakteristiken Charakteregeschaften die zu alle Sterren zäsche passen die wurde hier abgezählt und mit Schlüssel wieder so dann mache ich ein bisschen Mikro aus und mache ich mein Mikro aus weil Steffi hat uns auch eine Audio Datei geschickt Sie sind das so ist so groß genug eine Audio Datei keine Videostatei ich mache mein Mikro aus und sein Mikro ein und den Ton ist ein bisschen schwach passt auf ein bisschen hinten gestaltet mir wann es so hat das oder so machen also schmalo mein Mikro aus heute erzählen ich euch etwas über die Sternzeichen schwein schwein und mein Wassermann De wassermann riechst gär als open und kreativ mit hajernst zu impulsiv De Fisch De De Zwilling als löscht dich an open aber auch kompliziert an hajernst du launisch De Krebs als sympathisch an drei me och liderisch an hajernst du reizbar De Leif hütt viel energie als hofres an temperamentvoll me hajernst du agebild an zu streng De jonge fra als menschlich realistisch an eiergeiz me hajernst du zu seriö Dwo als romantisch drei an ausgeglach me hajernst du zu perfektionistisch De Skorpion als couragerat an hütt für neischt angst me hin als och jalouse an hajernst zu possessiv Schütze als optimistisch as generis me verlief sich oft an as hajernst du zu klang De stehbog as logisch aggedillisch mir auch stuh an zu pessimistisch Lo as ming froh un jesh veni as dei geburtstag a wat as dei sterren seschen voilá dat war steffi hüttet geklappt hüttet geklappt hüttet steffi steffi hejeren an dn th di schreift hai ans tu hu weiblich vierde am plurial auch er tex to bay so also er froh hüttet 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 alles hejeren hüttet de vocabulaire verstand vom steffi zing m exposé also dat sind dann die fach hüttet sterren seschen helft spirit c'est quelqu'un qui aime aider somebody who likes to help fahr dreamt dreamy qui a la tête dans les nuages er front lös open qui est ouvert laun qui a différentes phases d'humeur d'humeur mood changes lider städt fene lazy an rights pad ad qui un peu vite hérite qui is can explode easily a gebild ja verstehe dat word a gebild ze streng tro sever l'h 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 balancé l'h 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 der Schütze verläuft sich oft fall in love und hier ist der King ich denke, dass der King King im Sinne von who is a little daredevil quelqu'un qui aime prendre des risques Sarah schreibt versatile, changement d'humeur, merci Sarah schreibt super présentation Giselle, Nicole das freut mich Paul, oder nach dem Steffi singt zu froh an mein Sternzeichen aus wo wenn jetzt dein Geburtstag Geburtstag, da brauchst du nicht ja zu schreiben you don't need to write the year wenn du ja pas besoin dekriere la nie wie privé dass wir ja privat leben mein Geburtstag vielleicht am März oder so und da könnt ihr auch schreiben, was das dein Sternzeichen sind schon mal gespannt ne, wollt kein neppes schreiben aggibild rigid ne, aggibild c preske arrogant it's almost like arrogant ja, seht kein neppes da gucken ich mal wie es ist mit der Audioqualität ja an oder Avalon habe ich mir geschrieben immer noch Audio aus schwach 30 Leute die gucken fantastisch prétentieux ja, aggibild merci michelle schreibt hat das jung frau nicht frau frau aus deutsch sarah aus irgendwo get the balance right ja so ist noch la so mein Geburtstag aus am august an mein Sternzeichen aus jung frau molla schreibt 26 oktober sarah fried mich dominico schreibt tisi was war das tisi meinst du tessi nee tessi ist nicht heute steffi ist heute äh wat hießt tussi wo steht tussi tussi du jünger ist die jung frau ich sind aber nie seriö ich sind den 11 september geboren den 11 september september die eleventh giselle schreibt mein geburtstag aus am november und ich sind ein skorpion ein skorpionin lass war fried mich war das meister in säch war der rote mole take a guess devine an dann faszam frederik ich sind 27 august geboren am äh sterren seschen als jungfrau mit lauter jungfrauen am video chat wie war es von me äh also der sieht alle guten äh menschlich realistisch ehrgeizisch an hayans tut se serieu wie stellt hat neman ob das wahnsinn ja ho ma se ball all will sos kemi eb eb schreifen nee will kei ro den wet frisch der seschen öschen war das mei war das mei stören se schon äh mebeli schreift 22. mei amadou nächste juni jenas zwilling perfekt viel älteren hu christach gut gefeiert michell ich verstehe ningu meint äh steffi schreift sie sind alle gut ehrgeizig weil sie immer den video chat gucken merci steffi sie menge nach sie kinte bei mir etwas lehren jeroe alexander schreibt as ein jonge fra es sind am september geboren nee sorry äh 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 weisch gucken mal mein special trick es sind ein banan ha 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 es sind ein banan dancing banan es sind ein banan schub schub ha 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 wenn ein schnach oder ein film schub musst den computer nicht zusammen oder es sind ein ein Hund wer weiß oh ich bin ganz froh und die anderen ist ganz traurig wo geht die Banane aus ah du hast meinen Bananen der Bananeschub ich tue es alles verstehen äh äh ich schreibe dich schon Probleme mit dem Ton zu viel machen ich sind ein Tütti Friedle Monigas hier in der Suchtzwilling Eugeniani ich bin nicht am September geboren äh Steffi äh rät was du fisch wie weiss für was meinst du ich will fisch Steffi naja wieviel auch immer feierl für das ist ein ganz flott Thema Horoskop ich wollte erst nach dem Steffi sein Exerzis weisen und die Anasleiden die können wir dann in Anakäa machen naja also guck dir schon bei der Fall nach einke äh äh sein Vokabulär und die ganz löscht ich mach sie mich schön proper du siehst du alles ob ob eng okay ja so ja du siehst du alle gut ich kann da ein Screenshot machen äh ich mach mein Kameramoller aus so und dann machen wir an ein Anakäa nach ein äh über das äh Thoroskop aber boah da das äh beehnt da das ist besser mich schwer ja schon aber Steffi hat sich ganz viel mehr gemacht super kriegst du mehr ein Bund nicht Steffi wir schminken das öfter nicht ganz viel äh dann steht ihn aus dem ersten Januar geboren oh Silvester und Steffi schreibt das passt äh Steffi du beschäftigst dich also viel mit ähm Horoskop boah also der Mensch hat heil was aber wo ging dann da ging heil an äh ja also da ging heil na und du hättest die Sterren und das Exerzis von Steffi den hat gemacht auf Kvitslet ola du ahhh was wird das schon habe ich gemeint Steffi also du hüder Sterren zählchen Kelly Tonsin Astrologik und wenn du drauf klickst dann wirst du die lütze version du klickst dann wirst du die franzäische version du kannst dich selber testen du kannst auch die zweite kraft gucken meine Sterren zählchen aus klickst drop mon sind astrologik E und das geht dann immer so weiter ich meine du musst agelogt sehen wenn es agelogt pas krist alle kraften so krist den kraften so you need to log in if you want to see all the cards otherwise you just get the first ones si vous êtes pas enregistré vous recevez seulement une partie des cartes et pas toutes les cartes and dann hört steffi auch nach du hast steffi she's a teacher also 55 austrick and dann hör det auch nach du de play audio da kannst det auch nach leuchttere enke op lütze bäuer schmerz engel stemmen enke op franze schmerz enger automatisch generierte stemmen fantastisch ja sign up and see the remaining cards it's free steffi tubas zukunft vom letzten bäuer den nl kauf rosen dazu da schon gesessen mal dann wird steffi auch nach link geschickt über toroskop e rtl oder das thema auch hi anders dann noch alles schön opgedeelt horoskop vom dag maja wat steht dann zum beispiel maja das ist schon bei all jung fra kuck ma jung fra halt ihr schraue schmie an der natur op frisch luft tanken det is gut an die krit klore kap my commentaar dance de banan is up ne fantastisch halt ich rauwisch mich an der natur op frisch luft tanken det ist gut an die krit klore kap moi steht das ist ja du drink was da muss da op toilet a good piece go hey whatever chacun son truc ja also wat tu da geschreven last war dat pas me exploits steffi haha merci viel het kompiment mit das ehrlisch gemein virklisch also dat dat verrekkt weil du kannst hat vielleicht ja wahrscheinlich kannst du nicht vergleichen du bist ja viel mehr jung das ist wahnsinn was du schon so jung kannst machen ich seh ganz jalous ob das weil an 20 jahre kannst wahrscheinlich mal hologramme schaffen ich weiß nicht mit das verrekkt verrekkt wirklich impressionant was die jungen halt schon alles können machen und noch machen für euch spruch das tera schreibt du bist jung fra wie der bananen jub ne ist nicht am september geboren stefan sie schwarzen auch deutsch wen wie schwarzt deutsch heute war alles das alles letzte bäuch stadt du mein nicht mal so mir gefällt frisch luft alle die jub mal 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 aus also viel mals merci steffi wirklich für die flotte expose und du kannst gerne noch eine sache schicken also mindest bis tunders schreiben schaffe nicht mit dem exzellenten buch von janel schwanz litz buch a 1 a 2 auf freudest sammlisch sonne schon nicht mehr freiraum kann ich ein bisschen mehr raus schicken naja was habe ich noch erst präpariert das präsentation vom steff ich habe auch noch neue exercisse gemacht wo sind die schmarrt alles wasch schrecklich viel platz energie vielleicht geht computer da besser also guck der schraue ist und der glossier unten das der night lütze bricht an 20 schau hält ein hologram ein video chat der bananisch up steffi fried ist über was für ein thema will und leid das nächste köye ab ist proposiert proposiert so dann für ein thema was dich interessiert und steffi hilf da ist wenn die zeit wird die stefan fried mich ist sie verlief ja ist sie verlief und zwar ich kann ja so das foto weisen eine schussio geläsch ah da kann es voilà ich hoffe dass es klappt voilà meine Freundin meh leider konnte ich halt nicht mehr an die Kur ab weil mir kein Platz meh so dance Stefan schreibt über das Corona Virus ah Corona ja meh der kann schreiben war der world hat ich wollte ja schon mein exerzister weiß mein exerzister ein ganz rei exerzister für euch gemacht also exerzister a2 a2 klasse a2 2 sind mal bei 16 sind auch bei 1 dabei kommt tassi wird neuer gemacht tassi freizeit aktivitäten hat gemacht schluss nicht nach v das egal der gesitze oder a2 2 gemacht und personelpronomen modellverben an an up bei positionalmovement gemacht denn das do nicht hai foto ist alexion 6 gescant screenshot von schweizelutsche boeisch exerzember von inl an das ist ein ganz schei grafik muss ich so resumiert hat ganz tip top und da hai voe accusativ dat könnt erst im griechischen donno latengischen accusare quelqu'un an dativ dat könnt erst im latengischen dare donner to give to whom das ist cod das ist coi und dann alles resumiert und da könnt hai antippen also der muss den schwa machen zwischen dun dach dem und schon hai och die verschiedene prepositionen gemacht noch 2-3 minuten zeit gleich will hin etwas schrauben wat schraubt er dan hai dominico du seist immer zu ach wat ist dat ja alexandre le zu boya mentalität für die stafi ntj schraubt an soi namely nicole schraubt vous avez le temps d'avoir un amie man natürlich michelle ja alexandre stefan appels und korona virus an eisem lieven ob m j schraubt schraubt super viel alexandre schraubt die litz boya mentalität aste mei franzais oder mei deitsch lach schraubt steffi schweiz vade blog how to ride a bike wie fiest man will und stefan wie ist adress ma hi exercis punk da lo zwar am lod da kook nech wie si da divo z benut nech dat viel ad wo z schna e chwist zwar net für wat me intuitiv gen e s te rest cert je sais pas vraiment pourquoi mais j te donne intuitive mo raison in fact admittedly machine astra hal en trotzdem a fe tient elle a beau être vieille la machine mais elle fonctionne encore et elle fait encore son boulot so the machine might be old but it still does the job it's a dirty job but someone's gotta do it yeah wie haste un tone dan wie haste un tone mein echten video chat mit headset sind auch gespannt ist sie gespannt ob den tone gut oder schlecht rüber könnte wie gesagt tun schneide exerziser gemacht ihr könnt testen mit abboy an obboy können auch mal spielen und dann bin ich auch nach exerziser gemacht am wunsch dati geknallt ah ja ich muss ihr dann habt das exerzis .lu hi filmquiz und zwar hunde schei das sind lauter super filmer kann ich nicht mal rekommendieren filmquiz auf letzt bei ich noch mal 15 voilà an hier ist der nummer 6 so spielt er ehr wenn der lütze boi ist schul system an den achten an den 90 am hat gemacht gut ja nur da hier schön wand flue over du kuckuckuck für 5 17 könnt er aus füllen kann ich nicht mehr rekommendieren wann der will lütze boi trainieren so das schon ball riva was schreibt er giselle den ton aus gut den ton aus von 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 se fan schreift ovviamente o si per tradur dat kan jo dat übersetze äh zwa in italien ah zwa ob italienisch ob italienisch dat fehlt doch noch keine normal man in lütze italienisch online dix ne auf mo do bais in chinesisch japanisch arabisch portugiesisch portugiesisch sorry also noch viel sachen für zu machen und dann gehen ich raus hei äh nee das du voilà und hat ja so ein foto zum zum thema zum thema den ton war ganz gut zum thema horoskop wo ich bei snapchat von tun und ja wird euch erst noch viel zählen das riva ein stund ich hoffe der kommt mehr röhm den tun war ganz gut schreibt sara riesen merci natürlich und ähm steffi immer willkommen und zeithörs und da spielen ich zum schluss ein von minge super coole musik die käme interesse ja mit du hast aber kein copyright trop ganz sicher nicht und zwar was soll ich erst spielen gucken wir mal ob das klappt ja den du das ist ja schon vielmals merci bis muhe äh 20 au nächsten atelier merci nicole vielleicht eine kleine animation weil sie witzig ist eh nein ich kleb mal oben das nicht hier klemm da klemm da klemm da klemm dann geht nächt bleib da mal hängen könnt nie oe und an den hund der guckt no voilà an leop wollen so flot aus de banane jub in danse zu jene wäsch dance so ja es ist sonder all merci steffi das tut mich wirklich gefried ich mal lebe micro aus bis dann moi ciao tschau au re bis geschwem o tschau o tschau o tschau o Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020